Heute geht es um die Geheimnisse eines Bewerbungsgesprächs. Jedes Bewerbungsgespräch gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Und jede Phase hat ihre eigenen Gesetze und richtig gute Bewerber, die flutschen da so durch, aber die meisten Bewerber vergessen einfach, was sie in den einzelnen Phasen beachten müssen. Und deswegen erkläre ich dir diesmal genau, welche Phasen es gibt und was du in jeder einzelnen Phase beachten musst. Gerade die letzte Phase wird sehr oft vergessen und vernachlässigt. Und was du in der letzten Phase tun musst, das erfährst du am Ende des Videos. Die erste Phase, super, super wichtig, das ist die Vorbereitungsphase. Also das ist das, was du vor dem Interview machst. Da geht es darum, dass du quasi zum Unternehmen recherchierst, eventuell auch zu den Ansprechpartnern, zur allgemeinen Lage, sodass du halt richtig gut informiert bist und eigentlich die Fragen der Interview auch richtig gut beantworten kannst. Dann bereitest du natürlich auch deine Unterlagen vor. Ich schlage immer vor, dass du den Lebenslauf und deine Zeugnisse mitnimmst ins Interview. Vielleicht kommen Leute dazu, die dich noch nicht kennen und dann hast du deine Unterlagen parat. Idealerweise nimmst du noch mal einen Satz für dich selber mit. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen kommen, kannst du halt in deinen eigenen Unterlagen nochmal nachschauen. Das wird auch meistens sehr, sehr positiv gesehen und gar nicht negativ. Der dritte Punkt, den du in der ersten Phase beachten solltest, das sind Fragen. Welche Fragen willst du am Ende stellen? Was ist dir wichtig? Welche Punkte sind in der Stellenanzeige noch offen? Was interessiert dich am Unternehmen? Machst du dir eine Liste mit Fragen? Super, super wichtig. Kommt auch hinten nochmal als Phase dran. Und auch diese Fragen kannst du mit ins Interview nehmen. Als vierter Punkt, den du in der Vorbereitung noch beachten solltest, ist, dass du eventuell die Rahmenbedingungen vorab abklären solltest. Also ich empfehle immer, dass du, wenn du Einladung zum Interview bekommst, dass du nochmal anrufst im Unternehmen, dich bedankst für die Einladung und dann fragst, okay, wie wird das Interview ablaufen? Wer werden die Ansprechpartner sein? Und wenn es eventuell darum geht, dass du dir komplett unsicher bist, was es zum Beispiel für eine Gehaltsrange ist oder ob das im Homeoffice ist oder vor Ort, dann kannst du all diese Fragen vorab schon mal stellen, damit du nicht in irgendein Interview reingehst, wo du am Ende feststellst, okay, das macht eh keinen Sinn. Phase 2 ist die Begrüßung. Erstens, du kommst pünktlich. Nicht überpünktlich, also du kommst nicht 30 Minuten oder 60 Minuten früher oder 2 Stunden, all das haben wir schon erlebt. Damit störst du meistens den Ablauf. Du läufst auch nicht vor dem Gebäude rum, wo man dich sehen kann. Wenn du zu früh da bist, geh irgendwo, wo man dich nicht sehen kann. Und dann kommst du 10 Minuten vor dem Termin, kommst du in das Gebäude rein, meldest dich an. Meistens hast du immer noch eine Wartezone oder sowas. Da dann auch idealerweise jetzt nicht laut mit dem Handy telefonieren, sondern einfach nochmal in dich gehen, auf das Gespräch warten. Dann kommt jemand auf dich zu, begrüßt dich, du stehst auf. Lächelst, hast eine positive Körperhaltung, gibst die Hand mit einem kurzen, kräftigen Händedruck. Auch wenn du in den Raum reingebeten wirst, wiederholst du das nochmal, versuch dir die Namen zu merken. Du wirst vorgestellt. Sondern dann geht es ja meistens auch an einen Tisch. Da setzt du dich erst hin, wenn du gebeten wirst, Platz zu nehmen. Und erst dann packst du auch deine Unterlagen aus. Idealerweise hast du ein Notizbuch dabei, wo deine Fragen drin sind, wo du die Stellenanzeige ausgedruckt hast. Wo du dir auch Notizen machen kannst, wenn Informationen kommen. Das wird sehr, sehr positiv gesehen, wenn du dir auch Sachen aufschreibst. Und du hast deine Unterlagen dabei, also deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse. Das kannst du schon auspacken. Und damit bist du perfekt vorbereitet für den Beginn des Interviews. So, bei der dritten Phase geht es jetzt richtig los. Typischerweise kommt in der dritten Phase, dass du dich vorstellen sollst. Also da kommt dann, erzählen sie etwas über sich, stellen sie sich doch kurz vor. Und hier empfehle ich, super, super wichtig, überleg dir genau, was du hier erzählst. Es geht nicht darum, dass du deinen Lebenslauf nochmal vom Anfang bis zum Ende oder vom Ende bis zum Anfang erzählst. Sondern ich würde mir anschauen, okay, was sind die Hauptanforderungen an diese Position. Das siehst du in der Stellenanzeige. Und dann suchst du dir Parallelen in deinem Lebenslauf, in den Sachen, die du gemacht hast, die du gelernt hast, in deinen Erfolgen, auch möglicherweise in deinen Soft Skills und referenzierst auf die Position. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass du Erfahrung haben solltest als Projektmanager, dann sagst du, ja, es geht ja hier um die Erfahrung als Projektmanager. Da habe ich in der Position drei Jahre ein Projekt geleitet zum Thema XY mit den Ergebnissen erstens, zweitens, drittens, dass du diese Punkte halt klassisch hervorhebst und dich auch hier, sagen wir mal so auf, ich würde mal sagen, so um die fünf Minuten beschränkst mit der Selbstpräsentation. Dann ist noch Zeit für Nachfragen, aber das wäre so der Rahmen, den du in dieser Phase, die super wichtig ist, wo du quasi nochmal voll auspacken kannst, was dich für die Position auszeichnet, nutzen kannst. In der vierten Phase geht es dann meistens um Fragen der Interviewer an dich, Fragen des Arbeitgebers an dich. So und hier haben wir natürlich Kenntnisfragen, was wissen sie über erstens, zweitens, drittens oder auch Fähigkeitsfragen, was wissen sie zum Thema Projektmanagement, aber auch situative Fragen, so nach dem Motto, ja, sie haben ein Problem mit einem Kollegen oder mit einem Kunden oder dieses und jenes, diese und jene Aufgabe tritt auf, wie würden sie damit umgehen. So, dass du hier quasi, ja, aus dem Vollen schöpfen kannst, da wird im Prinzip abgefragt, welche Erfahrungen du hast, welche Wissen, welche Kenntnisse, aber auch im Prinzip, wie du dich verhältst. Zum Beispiel, wie gehen sie mit Konflikten mit ihrem Chef um oder Konflikten unter Kollegen und so weiter. Solche Sachen werden da abgefragt. Und hier können auch nochmal richtig fiese Fragen kommen. By the way, wenn du kein Video mehr verpassen willst, weil wir haben eigentlich auch zu fiesen Fragen, zu den einzelnen Interviewphasen auch spezielle Videos gemacht, dann abonnier idealerweise den Kanal, klick auf die Glocke, dann verpasst du kein Video, das neu rauskommt. Hier kannst du natürlich auch Nachfragen zu deinem Lebenslauf geben, was hast du genau da und da gemacht, möglicherweise auch zu Wechselmotivationen, warum sind sie von da nach da gegangen, möglicherweise auch, okay, warum suchst du jetzt gerade eine neue Position, also solche Sachen können da kommen. Es können auch noch Informationen zur Stelle gegeben werden, dass nochmal genau erläutert wird, was da genau gemacht wird, worauf es ankommt und so weiter. Es kann auch sein, dass du hier eine Fallstudie bearbeiten musst. Idealerweise hast du das vorher bei den Rahmenbedingungen abklären können, dass man sagt, ja, hier ist eine kleine Aufgabe, wie würden sie das machen. Im Verkäuferischen kommt ganz oft so, ja, verkaufen sie diesen Stift oder solche Geschichten. All solche Sachen kommen in dieser super, super wichtigen Phase 4. So, jetzt kommt die Phase 5. Auch hier werden sehr viele Fehler gemacht. Das ist nämlich deine Phase. Da kannst du Fragen stellen. Da kommt ganz oft, haben sie noch Fragen? Welche Fragen haben sie mitgebracht? So, und egal wie gut du die Position kennst, du hast immer ein paar Fragen dabei. Also, du kannst über die Position auch fragen, alles, was jetzt noch offen geblieben ist, was für dich wichtig ist, über das Team, über Kollegen, über die Ziele, über Entwicklungsmöglichkeiten. Du kannst natürlich auch über das Unternehmen fragen. Was sind die wichtigsten Punkte der Unternehmenskultur? Du kannst auch ein paar kniffligere Fragen stellen oder mutige Fragen. Du kannst zum Beispiel deinem Gegenüber mal fragen, warum arbeiten sie gerne hier? Ja, um mal herauszufinden, okay, wie ist da die Kultur? Du kannst natürlich auch sehr, sehr mutige Fragen stellen. Also, da gibt es eine Menge Optionen. Mein Vorschlag ist immer, habe ich am Anfang schon gesagt, in der Vorbereitung schreib dir die wichtigsten Fragen auf, nimm dir die Stellenanzeige nochmal mit, druck sie idealerweise aus, notiere dir da, welche Punkte dir da offen sind, so, dass du immer ein paar Fragen parat hast. So, und dann kommt die sechste Phase. Das ist die Abschlussphase. Hier fasst der Interviewer meistens nochmal das Gespräch zusammen und er gibt vielleicht auch einen Ausblick, wie das Ganze weitergeht. Also, wann es ein Feedback gibt, ob es ein zweites Interview gibt und so weiter. Oft halten die sich aber auch ein bisschen bedeckt. Das heißt, ja, sie fassen zwar zusammen, aber die sagen jetzt nicht, ja, wir stellen sie ein oder wir stellen sie nicht ein, sondern, ja, wir haben noch andere Bewerber oder wir setzen uns jetzt zusammen und besprechen, wie das Gespräch gelaufen ist und so weiter. Das kann alles sein. Also, ich würde an deiner Stelle hier auch immer nachfragen, wenn es nicht klar gesagt worden ist, was sind die konkreten nächsten Schritte und auch, was sind die hypothetischen nächsten Schritte. Also, der konkrete nächste Schritt wäre, du bekommst ein Feedback morgen, nächste Woche oder in zwei Wochen, manchmal auch später, was auch schon komisch wäre, aber das ist so der typische Zeitraum. Dann auch idealerweise nach, von wem bekommst du das Feedback, wo könnte man eventuell nachfragen, wenn das nicht erfolgt. Aber dann das hypothetische, der hypothetische nächste Schritt wäre, okay, wenn das Feedback positiv wäre, wie würde es denn dann weitergehen? Also, kommt dann ein Vertragsangebot, gibt es nochmal ein weiteres Interview, Assessment Center, so dass du das auch für dich einplanen kannst. Idealerweise hast du natürlich nicht nur ein Forschungsgespräch, sondern du hast jetzt schon mehrere und da musst du natürlich auch ein bisschen abwägen, wie du das vom Timing zusammenbekommst, dass du halt am Ende auch mehrere Angebote hast, wo du dir das beste Angebot dann aussuchen kannst. So, jetzt kommt die letzte Phase des Interviews. Du bist gar nicht mehr im Gebäude drin, das ist die Phase 7. Und das ist die Nachbereitung. Die Nachbereitung ist auch super wichtig. Das Erste, was du da machst, ist, du reflektierst nochmal, wie ist das Gespräch gelaufen aus deiner Sicht, was waren Punkte, wo du sagen müsstest, ah, da müsste ich mich besser vorbereiten, was waren Fragen, wo du vielleicht ins Schwimmen gekommen bist. Diese ganzen Sachen kannst du jetzt aufnehmen, um für das nächste Gespräch besser vorbereitet zu sein. So, das Zweite, was du machst, du schreibst eine Dankes-E-Mail an den Ansprechpartner, der dich eingeladen hat, vielleicht auch an den Personalleiter oder den Leiter der Abteilung, je nachdem, welche Informationen du hast, vielleicht auch an alle drei, schreibst du eine Dankes-Mail, du bedankst dich für das tolle Gespräch, du bekundest nochmal dein Interesse, also warum ist dieser Job so spannend und dass du dich sehr auf die Rückmeldung, auf die nächsten Schritte freust. Das machen die wenigsten Bewerber und damit hast du schon wieder einen zusätzlichen Pluspunkt für dich gesammelt. So, und dann nutze die Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, diese Reflexion für das nächste Interview. Also, wo könntest du noch besser werden, was könntest du vielleicht noch trainieren, wie könntest du dich noch besser vorbereiten, so, damit du mit jedem Interview auch besser werden kannst. Also, alle guten Verkäufer setzen sich nach ihrem Gespräch hin und reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo kann ich besser werden, damit sie mit jedem Gespräch, mit jedem Verkaufsgespräch besser werden. Und diese Technik kannst du natürlich auch für dich nutzen, um dann halt wirklich das perfekte Interview von Phase 1 bis Phase 7 durchzuziehen. So, wir haben ja gesehen, hinten das Thema Fragen, welche Fragen kann ich stellen, welche Fragen sollte ich vorbereiten, ist super, super wichtig, weil du hier die Chance hast, quasi nochmal das Heft des Gesprächs in die Hand zu nehmen und das Gespräch in eine Richtung zu lenken, die den optimalen Ausgang für dich hat. Und wie du diese Fragen idealerweise vorbereitest, welche du stellen kannst, welches Standardfragen sind und welches richtig, richtig coole Fragen sind, dazu habe ich eine spezielle Folge gemacht, die verlinke ich dir unten in der Beschreibung und natürlich in den Shownotes des Podcasts.